Na, dann werde ich mich die ganze Zeit halt da aufhalten. So. Dann werde ich jetzt irgendwie so einen vernünftigen Weg bauen. Um irgendwie einigermaßen da hinzukommen. Ich finde das geil, dass man für jedes Mob mittlerweile mit dem Diamantspiel hat nur drei Schläge braucht. Provide. Oder pro Mob. So, wir wollen natürlich einen naturbelassenen Weg. Also nicht einfach nur planen und dann geben, ne? Korrekt. Das ist korrekt. Mir fällt gerade auf, dass wir wieder im Talk-Channel rumgammeln. Really? Ja. Moment. Haben wir keine... Da ist er wieder. You were moved. Da haben wir keine... Was? Moment. Doch, haben wir. Oh, ich sehe gerade, ich habe dort Eisen mitgenommen. Oh, shit. Ja. Oh nein, ein Zombie in der Mine. Freund. Oh nein, ein Zombie in der Mine. Im kleinen Augenblick höre ich nur so eine Hexe. So, Bruchstein und alles muss versteckt sein. Was? Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Der Zombie, weißt du, machst du die Tür auf? Im gleichen Augenblick... Was? Da ist der... Hallo Mama. Vermiss dich. Ich spiele gerade Minecraft. Nein, ich war an der Dingens. An der Werkbank. Das war ein Creeper. Ne, ne. Und das war Quatsch. Ach, komm schon, ey. Ich merke schon wieder, dass ich die ganze Zeit auch nur verknirrt rumrenne. Ja, egal. Das ist Orgetti Yoloneese. So und so. Dann willst du... Weißt du... Auch. Wolltest du komplett geraden Weg oder so ein bisschen geschnörkelt? Ja, mache ich ein bisschen geschnörkelt. Und sieht halt ein bisschen langweilig aus. Ja. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, wie das aussieht, wie man eine Maus abspackt. Ja. Flap, 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 flap. Ich bewege die Maus ganz zur Zeit. An einer Stelle auf dem Mauspit hört ihr einfach auf. So nach dem Motto so Null. Kann man auf. Okay. Mega strange. Ja. Boah, ich freue mich schon, ey. Verzauberte Dia-Rüstung. Ein bisschen mega OP hier. Tja, nur so weit müssen wir erst mal kommen. Ah, kriegen wir schon. Ja, kann nur ein bisschen dauern, ne? Ja, haben wir Zeit. Brauchen wir eigentlich hier noch die Jorien? Bring mit, weil du hochholen kannst. Alles klar. Das hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen. Nein. 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 So, Etsy, was machen wir dann gleich bei Division? Weiß ich. Keine Ahnung. Underground. Weiß noch nicht, als ob ich da echt noch Bock hab, das überhaupt aufzunehmen. Weißt du, fünf Minuten so einen kurzen... Ja, äh, Kino, das ist kein Bock mehr. Fliegt durch. Wir forzen. So ungefähr. Ja, momentan ist da echt so ein bisschen... Mäh. Ich war voll von dem DLC gehypt, aber irgendwie... Gut, geil. Neue Missionen. Ich hab's mir geiler vorgestellt, weil ein Kollege echt sagte, das ist mega geil. Und... Und... Ja. Im Endeffekt stehst du da in einer Instanz, machst die alle weg und das war's. Halt... Blizzards eigentlich. Eigentlich ist das so Blizzard-Art wegen WoW zum Bleistift. Ja, gut, aber bei WoW, wenn da ein DLC kam, hat das ja wenigstens noch richtig was zu tun. Ja, ne, ich mein jetzt nur rein die Instanzen bei WoW. Achso, ja. Ja, wobei da waren die Bosse. Blut, Moment. Mein Spiel hat minimiert. Black Screen? Gut, fuck. Alles klar, alles gut. Oh, Scheiß. The fuck. Und bei Blizzard hast du ja wirklich... Erstmal hast du krassere Bosse. Oh ja. Da brauchst du auch so sechs Leute oder so. Ich weiß gar nicht... Wenn ich so an Edi dann denke. Oh ja. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten maximal so eine Instanz ging, ey. Boah, keine Ahnung. Da war auf jeden Fall ziemliches Gemetzel. So kann man's ausdrucken. So ein Stick hab ich schon. Yay. Und 19. Alter, was ist hier los? Man spielt mir die mit die ganze Zeit. Ist irgendwas anders an? Nee, aber ich werd jetzt mal... Warte mal. Was ist im Hintergrund angegangen? What the fuck? Das minimiert schon wieder. Aber der ganze Bildschirm. Einmal schwarz, als wenn ich einmal so durchswitchen würde. Hab jetzt noch irgendwas Unnötiges an. Teamspeak, Minecraft, OBS, Outer City. Ich geh bei Minecraft rein und es minimiert wieder. Moment. The fuck? Ich stehe hier gerade nur blöd rum und das Spiel minimiert und geh wieder auf. Nur so nebenbei, ich bin's nicht. Ein Hicke. Ich hoffe, wenn ich dir gesagt hab, ich troll nicht anders, aber das war eigentlich. Naja. Ähm. Wo geht's jetzt? Ich trau mich mal, ich geh mal wieder im Spiel. Jetzt ist wieder nichts. Also. Moment. Ein ganz kurzer Cut. Und da sind wir auch schon wieder nach einem kurzen Minecraft Re-Start. Ich hoffe, es klappt jetzt. Weil wenn nicht, wär's ziemlich kacke. Weil ich hab eigentlich... Wir will nochmal, wir hatten noch nicht. Ich hab eigentlich keinen Bock auf Ursachen forschen, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, ja, äh, 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 Spiel minimiert bei Minecraft oder PC minimiert bei Minecraft und auch ohne Minecraft. Und, äh, kauf dir vernünftig PC, du kleidest Kitty. Kriegst du wahrscheinlich als erstes, äh, Forum-Dingsbums reingedrückt. Wahrscheinlich, ja. Mittwoch ist heute. In der Tat. Hast du eine Schaufel über? Für einen armen kleinen Mann. Danke. Warte, 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 warte. Danke. Alles klar. Ist jetzt nicht großartig viel geschnörkelt, aber es ist geschnörkelt. So ein bisschen. Ja gut, es ist ja auch immer noch eine Stadt, die hier entsteht, ne? Also zu viel geschnörkelt soll auch nicht sein. Geschnörkel. Zu viel soll nicht sein. Da, da, da. Geschnörkel. Es ist mir zu viel. Geschnörkel. Geschnörkel. Dann kannst du ja gleich einmal den, äh, Weg abnehmen, weil es okay ist. Weil dann werde ich nämlich Häuser anfangen. Und Marktplatz oder Plätze. Oder Schmiede halt. Hier würde ich persönlich Stein nehmen. Ja, hier würde ich Stein nehmen. Wow, ich habe sogar noch vier bei. Da werde ich aber nicht weit kommen. Ja, ich habe noch nicht mal eine Reihe jetzt von der Treppe. Weiß ich los. Musik. Musik. 34%. Isolde wird esentüren. Hier hat nur drei Hammelkohlen gehabt. Auha. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen hier auf dem Platz, wie, dass hier so schön viel passiert. Hier dann so ein bisschen weniger. Gute Lage aussteht halt jetzt mega außerhalb, ne, aber. Egal. Ja, das werden wir wahrscheinlich sowieso früher oder später preisen. Ja. Die kennen uns. Wie viele Öfen haben wir da? Drei. Eins, zwei, drei. Wenn du gehst einmal nach draußen, er hat es direkt den Inventar vollgemüllt mit kaputten Bogen und alles. Ähm. Kohle. Ach, die, die burnt. So, jetzt warte ich eben, bis die Steine kaputt sind. Also, gebraten sind. Ich habe mal den einen Stick, den ich hatte, zurückgelegt, ne. Dann brauchst du kein Holz mehr fahren. Was du ja auch gerade gemacht hast. Richtig. Richtig. Ich habe aber auch wieder angeforstet, ne. Also, ja, alles, alles, alles gut. So wie es sein soll. Alles gut. Nicht so wie, äh, die normalen Menschen, halt. Also, du. Nein. Nein. Leute, die einfach nur Wälder rohen. Und keine neuen Setzlinge da reinsetzen. Und kein Korbacher-Saufen. Richtig. Eigentlich voll dumm, ne. Weißt du, die könnten doch voll locker. Ich sage mal, wenn die jetzt wirklich so einen Waldstück roden wollen. Direkt aus diesem riesigen Feld, was sie dann freilegen. Ich weiß jetzt nicht, was normalerweise dann in einem Urwald da hingesetzt wird. So ein KFC oder so. Ähm. Aber man kann dann doch direkt so eine riesige, ich sage mal, auf gut Deutsch Baumplantage da hinbauen. Oder hinsetzen. Gut, das dauert dann natürlich mehrere Jahre, bis sie ausgewachsen sind. Das ist klar. Ja, eben. Das ist es. Aber das ist dann halt kein verschwendeter Platz, finde ich. Am meisten wird das ja echt weggerordet für Brennholz. Ja. Oder halt für Möbelholz. Ja. Ikea. Soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Aber, äh. Soweit ich weiß, wird es auch teilweise wieder angeforstet. Ja. Teilweise. Natürlich nicht zu 100%. Ja gut, ich sage mal, zu 100% kannst du auch nicht wirklich bewerkstelligen, glaube ich. Zumindest nicht. Kannst du schon, wenn du für jeden Baum einen neuen pflanzt. Ja gut, aber ich sage mal, dann kommt auch wieder dieser Faktor. Oh, das tut teuer, Mami. Ja. Das Problem, wie wir es immer haben, ist, glaube ich, was du machst. Richtig. Ein Zombie, der ist tot. So. Dann wollen wir mal schauen hier. Wie, wie machen wir das denn hier? Ähm. So. Und so. Da fährt blau Tag, Alter. Wie, was? Was brauchst du gerade? Weg. Beziehungsweise so vor der Treppe, das Ding. Boah, ein Weg. Bin mal gespannt, wie das löst mit den Höhenunterschieden. Und dem Weg. Ja. Bin ja auch mal gespannt. Alles klar, ihr habt doch keine Idee. Doch. Der Weg zu Treppe ist fertig. Okay. Wo ist es richtig so? Fuck. Nö. Ich hab's ja noch nicht gesehen, deswegen. Ich buddle hier unten gerade nur noch nach Diamanten. Ich lass alles andere Worte. Wurde ist es zu 90% Redstone, oder? Ähm, was ist das hier? Diorid. Das Helle ist Diorid, ne? Ja. Das ist klar. Das ist klar. Das ist so wieder typisch ich. Ich renne zurück zum Lagerhaus, zwei Meter neben dem Weg. Standard. Ich werde jetzt aber mich versuchen daran zu halten, auf dem Weg zu laufen. Wieso hab ich das Gefühl, dass das nicht lange klappen wird? Weiß ich nicht. Vïeinig ist, das ist das nicht ganz wichtig. W YouTubers